An einem Abend In Japan Da sind sie Und er, Kaisuke Honda Er wird wohl heute wieder Ja, er ist einfach alles Er ist der Motor der Mannschaft Er ist sowieso der Freistoßschütze Der Heckenschießer Der Weitschussspezialist So Und los geht's Japan, die Heimmannschaft Hat Anstoß aus Fairplay-Gründen Und Jetzt sehen wir endlich mal wieder Die Japanische Fußballer Mit Hamaguchi Der sich gut bewegen kann, Junge Oh, Flanke in die Mitte Oh, Kaisuke Honda Gewinnt nett Das Kopfball-Duell Da Da Oh, fuck Vorteil Verdammt Gab keine Karte dafür Honda Da ist der Honda Weitschuss War nichts Wäre aber ins Tor gegangen Wenn dort nicht ein Torwart stehen würde Okay, Okavara hat das hoffentlich Jawohl, er hat das unter Kontrolle Er hält sogar noch den Ball drin Und dann Pfft Ja, was ist der Pass Honda Pass sich ein Kohl zurück Was hinzuspiel Ah Schade Das war zu ungenau Klasse Grätschen hier, ey Und Honda Ah Honda Ah, verdammte Scheiße Ah, der hätte ich aber auch vielleicht grätschen können jetzt gegen den Torwart Und Honda Mit etwas Effet Eckstoß Äh, da kann ich auch eigentlich direkt mal Left Trigger und rechter Stick Und den Honda auswählen Der ist hier Hä, 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 hä Äh, schweres Spiel hier Bam So, pass auf Jetzt warten wir mal eben in die Mitte Und schießen mal so drauf Aber das war jetzt nichts Ich mach lieber irgendwie Solche, äh, krüppeligen Äh, na Standard-Situationen Also solche Ecken Weil ich gar nicht weiß Ob wir Kopfballstarke Leute In unserer Mannschaft haben Ich glaub, die sind ja auch alle nur 1,50 oder so Oh Ah Okay Gut Schön Grätschen bringt hier richtig viel in dem Spiel Oh, umgescherte Umgescherte Übergeiger Schön Cavara Dreht sich nochmal Flankt jetzt in die Mitte Aber da ist nix Oh, oh Alter Vater Oh, vermitteln Ha, ha, ha Boom Nein, drüber Bisher schlägt sich Japan ganz gut In den ersten 40 Minuten Oh Schön He, he Okay Äh, äh Bamm Oh, das war ein Foul Los, führ schnell aus Pass doch zu der 11 Ha Okay Honda Nein Shio Zawa Da ist der Honda Oh, das war doof Oh, das war doof Rate mal, was doof war Okay Ach du Scheiße Was mach ich da eigentlich für ne Scheiße Ich hab keine Ahnung, Junge Pfeif lieber ab Ich will den Ball immer auf Honda bringen Um dann mit dem abzuziehen Weil der kann das wirklich gut Ich guck mir nochmal kurz die Stats von ihm an Wir haben 60% Ballbesitz Aber Der Rest ist kacke Äh, der Honda Biest Standard Situation Effet hat der ne Menge Ähm Schusskraft Kann der Ja, Abschluss Abschluss 72 Eigentlich ist der jetzt auch nicht so der super tollste Ähm Obwohl der eigentlich Der sollte eigentlich bessere Stats haben Ich hab den wirklich gut in Erinnerung Schön Sauber Komm Oh Fuck Wollte eigentlich grad nen Rainbow machen Mal was ungewöhnlicheres Schön Rainbow Zum Gegner Aber Ballbesitz gewinnt keine Spiele Ballbesitz Schießt keine Tore Ein Honda schießt Tore Aber Jetzt schießt er leider daneben Mann ey Irgendwie will das heute nicht Aber Ich spiel auch nur Ähm Jetzt grad Einer gegen 11 Honda gegen Iran Ich muss mal mehr mit der anderen Mannschaft Oh fuck Nein Da musst du da rüberspringen Du weichei Scheiße Gibt keine Karte Junge Da hätt ich aber mindestens Gelb gegeben Die war schon orange gefärbt die Karte Okay Super Ja Ja okay Meine Fresse ey Das man so schlecht Alter Ist ja der ober Hammer Schön Jetzt spiel mal da hin Bam Da muss der Torwart doch rauskommen Ach Mensch 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 Okay Oh oh Ja sicher Junge Der geht rein Ah fuck 1-0 für Iran Na Kannst du mich mal am Arsch lecken Meine Güte So ein Sahnepass Das ist der ober Hammer Ich glaube ich übernehme ab jetzt Iran So von da Hat eine Menge Platz Fuck Meine Güte Aber bei mir können sie immer direkt den Ball abluxen Fuck Ach man Leute Oh Ist halt manchmal schwer in diesem Spiel Mal Was ist das denn für eine Ballername Du Lauch Super Das war kein Foul Du Riesenarschloch Oh mein Gott Spiel ist schon wieder zu Ende Ach Ich glaube da kriege ich jetzt nichts mehr hin Jetzt kommt da der lange Pass nach oben nochmal Bam Oh mein Gott Wie kann man bloß so unglaublich schlecht sein Und ich rede jetzt nicht von mir Ich rede von diesem einen Schuss Ey Okay Aber die haben echt Wow Das Das ist Das sind FIFA Statistiken hier Ey 7 Schüsse 4 aufs Tor 53% Ballbesitz 0 Tore Iran 47% Ballbesitz 1 Schuss